Viel zu viel Steuern. Und wie viel Steuern zahlst du jedes Jahr? Oh mein Gott, ich frage mich etwas. Ich kann 2'500 Franken steuern. 3'200. Das sind jetzt 3'000 Franken. Ich würde sagen, um die 4'000 Franken. 7'000 Franken. 50 Franken. Für 60'000 Franken. Dieses Jahr nur 24 Franken, aber wenn ich dann aus der Lehre draussen bin, dann wissen wir ein bisschen mehr. Wie kann man Steuern sparen? Steuern sparen... Wow, das ist schwierig. Das weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiss, dass es gewisse Sachen gibt, die man abziehen kann. Ich sammle Quittungen von den Medikamenten, die ich in die Apotheke geholt habe. Das sind Sachen wie D.H. und so Sachen mit 3'000 Säulen. Bei 3'000 Säulen könnten wir auch noch den Betrag abziehen. Ja, genau. Das wäre wahrscheinlich auch noch so etwas, was man abziehen könnte. Nein, das habe ich nicht gewiss. Ich möchte abziehen, umso besser einzugehen. Investiere in eine dritte Säule und spare jedes Jahr mehrere Hundert Franken an Steuern.